da läuft mein elixier schon wieder ab muss ich wieder ein rein rein pumpen direkt ich habe ein alkoholproblem glaube ich ich kann nicht aufhören ich muss ich mal weiter trinken irgendwo hier soll einer sein das ist ein weg du bleibern für geräusche bei wirst du das stück wo ist das ding da wäre richtig ich bin noch nicht bereit ist er weiter unten da unten haben wir ja ganz herum auf so nahbar war doch so fern soweit entfernt talaue von karik da wenn man trank nicht so lange ich in der stadt bin zum trank vermitteln zum mitnehmen einfach nein die schweine hier ist irgendwo da ist eine question hier um hmm 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 er war schon mal getroffen glaube ich was macht ihr hier draußen ich möchte auf dem stark auf meinen schultern das steigt mich wenn du leben wieso habe ich gesagt es ist nicht der käse schnell ich muss stimmen es ist nicht sechs ist endlich wir sagen wir nicht dass da unten irgendwo eine angst und die pferde können fliegen wenn wir daran glauben ja einfach meine wachen wir haben schon alles was wir hatten da war ratten wolf irgendwie schon wieder ich würde abspringen trank 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 hier was habe ich wieder zwei so wenig schneller von mir aufsteigen eigentlich mehr platz im elementar schaffen nein schatz problem naja ich mir falschen grad ich habe vermag das schwer dann ist aber schwächer das hat heilige ich kann vermacht schwert der konflikt eskaliert ja da sind die riesen aufgetaucht sind die haben wir hatten sie jetzt eingetroffen aber gehen nicht bald auf nach elbe oder so ist eigentlich in der nähe von elke die marini ist jetzt ziemlich im arsch also die haben so gut sie alles verloren die haben egal von verloren die haben sie verlieren jetzt als nächstes werden die wahrscheinlich hier einen von dem bruder verlieren der idee kämpft gegen saturn das ist eine ziemlich arschige aktion für die regierung gewesen ich muss oder angesprochen hier das leckert ist der spezial ist bei blackbeard und wenn ich leckte die leckte selber ist nicht da aber seine irgendwie weiß die weltregierung blackbeard von der speziellen abstammung herkommt noch mehr teufelskräfte benutzen ja ist was wir ja wissen ist irgendwie von marco irgendwie so komischen körper rückblende gelernt haben ist dass er nicht schlafen muss der braucht keinen schlaf ja ja schläft nie das hat nichts mit seiner teufelsbruch zu tun die hatte der war naja da war als weit wir hatten wortchen gegeneinander gekämpft haben die katzen der nächste ist die leitung vermuten dass er verwandt ist mit ihr ja 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 rox dieser weg aber jetzt war interessant ist hier die eine die von blackbeard crew ich weiß nicht wie heißt die kann sich verwandelt gestalt von datoren gespeichert damit haben die irgendwann die welt über alles herrschen nicht nur über die meere die eine die sich verwandeln kann hat die von mister to die teufelsbruch ja ich glaube das ist dieselbe furcht oder eine ähnliche also wenn jemand ist er ja tot ich weiß nicht ob das dieselbe furcht ist ja dann ist er tot war ich dachte wir uns wieder aus tricks mehr ich weiß jetzt nicht mehr ob das gesagt wurde ob der die dass dieselbe furcht ist ich könnte hilfe gebrauchen ja vielleicht muss ja niemanden tot sein überflüssig geworden weil der tag der kann die ja auch ohne die effekte von fällen nachstellen schenkst es aber auf elbe ap jetzt schon zu konzentrieren sind ja da hängt darum vieles nicht mehr so viel ist nicht mehr so viel ist nicht mehr so viel ist nicht mehr da geht dann noch fünf jahre lang darf doch immer so ja nicht mehr auf jeden fall hier müssen wir mit diesen scheiß wie kämpfer das ist das war nur eingeführt hat er gibt den kampf in der nächsten episode wird schon wie kommt wie kämpft da angefertigt das ist das war vor fünf personen passiert ist ja vor letzter episode ehrlich gesagt er kommt immer seit einer wende sondern wenn er so einen teuren animations ziel das dann muss einige sachen damit du nicht extra noch mal animieren muss dann wir jetzt auch in ecken gemacht der letzte episode hat wir gegen blackbeard gekämpft in der episode davon sind der letzte was ich gesehen habe ist das irgendwie ja auch gg gegen vorging wen hat der noch mal gekämpft da war hat gab hat irgendwie blackbeard angegriffen im manga genau ja okay jetzt ging ja ja das ist jetzt auch einer von den keppens von blackbeard ja 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 und stand im chat ja und wenn man nicht ist der solo kann helfen schänden nicht ohne mich da sind wir dabei ich muss man ja ja haben sich die serie zu ende gehen wird das ending und so der haupt oder auch nicht da wird interessant der weise nicht hier weg am sterben und noch eine videoaufnahme die die wahrheit der welt entfüllen ok wird ja die ganze solle wird dann die ganze welt nein ich wollte nicht rein ich wollte da nicht rein wollte es da rein da waren altar irgendwo hier wollte ich aktivieren ich sehe die ganzen anderen symbolen ich habe gerade in der deutschland das war meine schulter angesehen ich habe hier schreien meinte ich ja hier so mit dem mit der effekte nicht schreit von dem ich mich im blitz verwandeln hier ist alter der ist eine stelle ich muss machen ach nein ich komme nicht raus stecken fest nein ich werde mich dann mit ihr teleportieren dann müssen wir wieder zurückgreifen ach so glaube ich dann einfach ganz verlassen dann ok so glaube ich ein alter schon eingesammelter du warst zu gierig dann irgendjemand habe ich glaube ich da reingeschubst ja das war bestimmt ich plan dich los zu werden dann jetzt bisher eins mit der truhe ich bin mehr an schlüssel holen und dann wieder kommen dann kann ich dich bleib mal da oder irgendwo da in der nähe ich muss ganz sagen bist immer noch da ich komme hinterher dann hier keine angst das kann ich hier nicht tun schau doch jetzt muss ich auf jeden fall hinterher kommen nein daneben ich habe den einfach weggetreten hat in seinem portal flüchten wollte portal weg naja wenn man legendärs gedacht hat bekommt die sowieso ohne irgendwie nicht nur wenn ich in der nähe also 11 12 haben wir auch zur firma schon verdammt aber die 13 noch nicht und die 13 die ist hier da ist die 13 so in der nähe und sie hat sie mir eben zu reportieren noch mehr geschäcklichkeit weil leute im raum bin ich gewöhnt ob die schon gehört das ist das los an des players mit sich selber zu reden nicht wenn er erfolgreich wird wird sein name sagen wenn er erfolgreich bis jetzt immer mitreden zum reden war ruhig weiter geht regt das echos ich muss ja man denn danach hat man fast jetzt auch voll direkt getroffen noch mehr geschicklichkeit ich finde so viele punkte entfernen vor allem wie 600 geschicklichkeit um einige effekte aber sagt wir 14 15 und dann waren alle von diesem teil der karte zum südlichen teil von habe warum fängt schon wieder von der seite an fängt diese stadt an hier nahmen wir die 12 die drei aber nicht ab noch da zerbindet wir kommen direkt auf das neben kräfte in der nähe nein ich muss sie haben für meine tränke auf die schuldet ihr mir einen gefangen ich schuld er gar nicht nein ich kann ich werde mal schon finden ich werde jetzt machen können jetzt bin ich davon erzählt auf ewig verpasst außer ich hätte gut ja diesen wert will ich gerne sehen 1 2 3 4 5 ist da so ich weiß nicht warum ich damit zweimal manchmal integrieren kann er hat nicht die höhenflut ich muss man sich absteigen von meinem herr los was mir passiert kannst du kann man wie kann man nur andere leute töten das will ich von denen ich höre in der blut aus deinem mund trotz der haltschlag dadurch gebissen hast die werden super auf hau gatt ha ich muss warten zehn von meinem baum ich habe neun von zähne das hat sich irgendwie so angehört als würdest du gesagt ich will gar nicht sagen ich will euch mal informieren ich habe neun jahr von zehn jetzt noch irgendwie eine andere auswahl von 20 ja sagen aber das ist offiziell vergreifert jetzt haben wir mit fall baller tanzen ja verfehlen dann noch acht stück von dem gebiet ja schon eine leiche ja da sage ich doch nicht nein das ist so viel entgegessen weil ich gemerkt haben wir geschütten erleichtert was schlägt und ein champion ist bösen überausforderung an er ist tot er war der herausforderung nicht gewachsen wer bist du dann ist deine schwester die berechnen nein der baum wartet wieder irgendwo hier da ist noch mit kontor spielen ja mit tastatur spielen wahrscheinlich ich werde wahrscheinlich mit tastatur spielen ja ich kann das natürlich ertragen warum leute mit so was spielen würden wenn dann die kriegte wir haben ja so muss er soll irgendwo in der nähe sein da mein gott wir machen ich hier auch mit controller spaß aber schauen ja ich kann nicht mit das dazu spielen da krieg ich nur auf die fresse ich hab nicht brain kapazität dafür mit meiner rechten dann dazu machen mit meiner linken jürgermeister auch ich benutze den controller ich muss machen ja muss auch dein link und herricht hat in einer hand ich muss erstmal die tasten auf der tastatur suchen welche taste wo ist er nicht so ungewohnt die sind beide da irgendwo landeigen gabin abstecher zum baum machen damit wir geiles zeug bekommen vielleicht wahrscheinlich ich muss wenn den erfolg haben bis musikale sachen so für ein erfolg ja wenn du zehn chaos dinge hast aber machen erzeugt hatte da kriegst du es jetzt sowieso nicht so der hammer ist das stück irgendwo hier ja er dritte der nächste ist hier unten irgendwo hier ja nach 19 noch vier stück die nummer elf wir fehlen aber nur noch so geil genau warum ist das unglaubwürdig da gehört man lebt so schon wieder für abenteuer ohne mich ich bin dein abenteuer alles klar blablabla leute töten die lust verloren ganz ehrlich aber soll ich mir erstmal jeder benennen das ist dein job schon damit überfordert auch durch die gegenseite töten leute wir laufen und die gehen haben wir töten das ist dein job also du wohnen oder ne doch nicht 2 2 ich hab was falsches gesehen irgendwo hier soll sein das ist ja das schlangenest oder weil hier ist ein schatzgoblin ja haut ab daniel Ja, oder? Ja, komm neben! Ja, komm neben! Nein, hm, hm. Ich passe ihn zu dir rüber. Nein! Ja, komm neben! Nein, ich hab da nebengetreten. Das ist das Problem, der kommt einfach zu glatt hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, keine Ahnung, äh, hier irgendwo. Na, ist ein Dungeon. Ops, ja, ich hab ihn. Ich auch. Wir waren bei dem hier nicht gefunden. Na. Das war irgendwie gleich vergleichen, so mit dem ersten Part, den ich heute aufgenommen habe, wo die Werte da waren. Im Vergleich zu, nachdem wir hier alle eingesammelt haben. Lass mich mal in Ruhe, ich muss auf die Karte gucken, lass mich in Ruhe. Ah, okay. Äh, 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 den haben wir, den haben wir noch nicht. Wir müssen mal daran. Okay. Wer da macht keinen Unterschied, den ganzen Dingern. Ich will jetzt alles im nächsten Albtraum Dungeon One shoppen. Das war nicht nur Stärke gekriegt, aber okay. Ja. Da ist er. Das möchte ich einsammeln. Geschicklichkeit ging sogar ein bisschen Erfahrungspunkte, die ganze Zeit, merke ich. Ja, das war 13 und die 14 ist da. Intelligenz. So, jetzt muss er einer von denen sein. Äh, 15, 16, 17, 18, 19. Da haben wir schon wieder ein, ja, was ist hier los? Die werfen mich nicht an. Hallo. Ach. Und dann steht das Spiel. Wenn wir als Spiel irgendwas sagen. Die werfen mich auch immer noch nicht an. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich könnte dich einfach nicht leiden. Ich weiß nicht, vielleicht kann er dich einfach nicht leiden. Die verprobleme sind die Farben blind oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. War, hör mir. Jetzt nochmal diese Wackelköpfe. Dann, äh. Wo war es von Frau Lauter? Ja, nicht hier, nicht hier, nicht hier, wie es die Dinger, nochmal. Wackelpuppen? Ja, hier werden mit den Wackelköpfen, werden die nochmal, äh, die Hände, so namen, panko, 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 pops. Ja, wackelpops, genau. Ich hab den Namen vergessen. Dann ist mit dem, äh, hast du da schon, äh, eine von Pain? Ne, ich tue, ich tue die allgemein, wenn ich selber holen, also. Ja, ne, ist mir schon klar. Ich kann mich daran erinnern, dass ich dir mal welche gegeben habe. Ja, ein von, von K1, hier. Ein von Final Fantasy, die war dann, äh, hier, äh, Song Horn, lasst mir einmal geben, und, äh, oder war so, oder, äh, da war meine Mutter Fiene. Ja, so, äh, nee, aber so, äh, hier von, von der Monster AG, hier, die Version davon. Ach, ja, genau. Dann hab ich noch ein bisschen schwören können, dass ich, weil sie nicht, ich hätte schwören können, dass ich dir irgendwann mal Pain gegeben hab. Ne, Song Horn habe ich noch, aber ich, hast du mir den geschenkt, oder hat, jemand anders mit dem, ich, zum Beispiel nicht, ob ich, ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall noch so ein Goran, als zweifache, super, so viele Leute, die der Geschenke machen hat. Ja, stimmt. Das klingt irgendwie viel fieser, also, tut mir leid. Heigert, wo ist ein Ding, was wir verpasst haben, da ist einer da, ich würde gerne helfen, aber ich hab die Karte nicht. Dann hat den da, aber, welche, welche Nummer ist da, 10. Ja. Hat. Ich hab, ich hab nichts dagegen, die geschenkt zu bekommen, nur so, von alleine würde ich mir die halt nicht holen. Oh, das ist die Frage. Drei vermachte Klamotten hat der hinterlassen bei mir. Nur zwei heilige. Ja, nichts davon ist besser. Verdammt, verdammt. Ich muss irgendwas treten, oder irgendjemanden. ja das letzte von diesem gebiet dann fehlt nur noch skos werden aber davon habe ich keine karte müsste irgendein gebiet hat mir gefährt aber ich wüsste nicht welches nächstes mal machen wir kommen wir von dem noch hier dann schau dir mal ein krummer direkt erst mal ein trip dann eine rahme dann ein todesstoß next bestes bekommen gefunden aber die will ich nicht anziehen weil dann dass sie mein einzigartiges ding aus uralter obelisk ich glaube ich glaube ich weiß wo ja genau da ist klar jetzt wird nur noch skos werden ja ich mache gleich zwischen den aufnahmen kann ich ja noch eine karte suchen das war ein anderes zum baum ist immer noch wir können einen zuckertypen noch mal versuchen also hier ein die schlangen tauchen alle auf feiern alle auf einmal und sterben dann direkt wegen meinen dorn schnappt aus dem weg mir fühlt mich wie kentje rohr aus kürz auf den nordstern wir haben diese szenen wo denke weil ich ja wohl von der armbrust abgeschossen hat einfach den pfeil von der armbrust gefangen einfach gedreht und zurückgeworfen so stelle ich mir vor ja 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 okay aber ab zum baum und dann fordern wir unser glück mal heraus also nicht sollten wir uns nicht lieber noch mal so ein ding holen kann man hat nicht ja auch gibt es ja nicht auch so trinken oder mich da gibt es kein kranke vorzieht das wäre meine ganzen dinge anstellen da gibt es nicht hallo ich weiß noch mal eine bildung habe ich bin noch nicht bereit wir wollen ich habe ich den einen hier wieder herstellen kann ich bin auch fünf mal herstellen kein chaos nämlich rheinland war schon immer noch mehr schaden gegen gewählte gegner bewegungs für den schiener tun obwohl ich ein ja hinten man darunter angriffsgeschwindigkeit auch gar nichts das kann ich hier nicht tun na gut zeit einige tränke herzustellen du musst dich ja anscheinend nicht so vorbereiten wenn du keinen schaden bei den kriegs gelegen hat vielleicht kriege ich ja jetzt schaden vielleicht war die anback vielleicht macht er irgendeine art schaden irgendein bestimmten du hast halt voll viel schaden mitgekriegte du hast die ganze zeit von gift schaden ich habe gar kein gift schaden das licht ist das betrieben werte mein gott da so alle meine widerstände sind mindestens über 30 kälte und schatten ist auf 48 jeweils so mal ausschaut nach noch mehr von diesen diesen zucker leuten so vorwart wie viel schaden aber ich habe ja gesagt die sind ein bisschen schwerer er ist der schwester von den zuckertüten ja mann ob ich schon er hat uns so viele dauern während dem beserker modus da brauche ich was vielleicht noch kurz einige sachen ja um ändern falls sie stärker sind und leiter warten aber für ist 15.000 scheinen eine gute hausbeute so ist so ein reis repariert ja aber nicht vielleicht auch letzt mal ich muss mal kurz bei meiner aspekten dabei auch nur die auerstehen so 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 er hat mir dann sogar nicht stärker man da ist aber stärker oder mal warum sind nicht so schwach aber war der 15.000 oder so gehabt ich muss halt in der waffe reinpacken damit hat mehr noch ja noch mal so du bekommst du bekommst du hat er ist auch stärker und ich hatte nur vereinpacke ja ich brauche noch eine sekunde ich hatte so können eine sekunde hier habe ich das gemacht wenn man die höhle aufgeräumt das ist ein gutes und hier und ich schläg sie alle um jeder lieder deiner ich mag sie in den kopf klein ok nicht so lange was wenn ich voll gut aber passt ja also auch hergestellt ja habe ich beruhigende gewürze ich habe ich jetzt immer noch so wenig schaden ja nicht ja dieser eine flächenangriff der hat mir schon schaden gemacht er hat mich vorher gewann schaut denn meine wir sind mindestens 10 level darüber ist immer versucht haben naja ich bin ja nicht wirklich sehr ich bin ja nicht wirklich sehr sehr wichtig ich bin wirklich sehr ich auch noch ein paar aspekte bei mir umgetauscht reingepackt sind irgendwie doppelt so stark ich muss warten das ist man ja irgendwie hatte ich einen aspekt hier in den ringen aber wenn ich in meine waffe einpack ist irgendwie doppelt so stark ja klar je nachdem wurde in welches objekt ich jetzt so ein bisschen umgekrempelt das ist meine ramme noch stärker er sei neuer truhe ist offen aber ich kann nicht öffnen trank und war auch musste denn wo ist er aber davon haben wir schon ein paar hergestellt ja und dann noch einen trank naja ich habe mal meinen ich habe 10.000 leben jetzt so beschwören ich habe ich habe 9500 ja ich auch ich muss man ja das hat wirklich nicht für die schaden gemacht er angefangen ich bin noch nicht schaden aber ich muss machen er ist natürlich mal der menschal machen weil er macht irgendwie so ein komisches status bei mir so ein komisches status bei mir irgendwie so gift oder was das schaden auf dauer irgendwie keine ahnung da geht meine lebensweiten so langsam runter und wenn ich jetzt da stehen bleibe ich sterben kann aber an muss man bedenken ich hab kein stand ich finde da geht doch jetzt noch okay von der preis dat was macht der status hat irgendwie verderbt ganz schnell gelesen ich kann natürlich jetzt nicht irgendwie im kampf nachgucken jetzt wird er noch bei mir 2 2 2 2 2 ich bin auch nicht wenn sie an die anderen die stark die anderen bekommen das war finden der angriff macht immer noch einen schaden er hat mich beerdigt der flechenangriff der kippen und ich bin noch ganz davon getroffen also daran steht auf hinein stelle auf hinein hier verbrachte sachen fallen gelassen doch doch das wort einzigartiges hat weil das schlechter ist aber das schwöcher bei mir hat er nichts gemachtes eingelassen ja ich meine einzigartiges hatten hatte ich schon mal dass sie sagt sie die gegner zum weg rennen bringt hier manchmal hat schon mal aber sehr viel schwächer ich glaube ich demnächst mal die stärkeren zu kommen wo die sind können wir gleich mal versuchen aber erst mal können wir noch die schreie sammeln im letzten gebiet was nur noch kann ich ja nicht nachgucken hier das sind noch 13 scheine